Ja, hallo Schalke bei herrlichem Wetter. Hier auf der Anlage von Adler Feldmark schreibt auch hier der Fußball einige Geschichten. Vielleicht, weil Martin Max gerade hinter mir ein Tor geschossen hat. Aber Martin und ich möchten eigentlich die Geschichten hören von euch Fans in Mailand. Wir haben nichts mitbekommen. Wir waren in der Kabine, wir haben im Stadion mit euch gefeiert. Aber die ganzen Geschichten, die um diese Fahrt herum, um dieses Spiel, um die Fäden, die ihr unterwegs gemacht habt, um die Storys, um die Familien, die ihr zuhause gelassen habt, wichtige Termine abgesagt habt, all diese Geschichten kennen wir nicht. Unsere Geschichten, Martin und meine, kennt ihr. Der Nächste bitte. Martin Max, ein Novize am Punkt, in der Liga noch nie zum Elfmeter angetreten. Ich hatte 97 in Mailand, den besten Platz, den man sich wünschen kann. Wenn ich die Bilder von damals sehe, von unseren Fans, bekomme ich immer noch Gänsehaut. Erzähl uns deine Geschichte. Ich finde es sensationell, dass man daraus einen Film macht und ich freue mich sehr darauf. Macht alle mit. Glück auf.